Das Bistum Aachen ist eine römisch-katholische Diözese in der deutschen Kirchenprovinz Köln. Bischofssitz ist die Stadt Aachen und Kathedralkirche der Hohe Dom zu Aachen, der 1978 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Diözesan Bischof war von 1994 bis zu seiner Emeritierung am 8. Dezember 2015 Heinrich Mussinghoff. Das Bistum Aachen liegt im äußersten Westen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Es grenzt auf deutscher Seite an das Erzbistum Köln sowie an die Bistümer Münster, Essen und Trier. Auf niederländischer Seite bestehen gemeinsame Grenzen mit dem Bistum Röhrmend, auf belgischer Seite mit dem Bistum Lüttich. Geschichte Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es für kurze Zeit ein Bistum Aachen. Dessen Geschichte ist geprägt durch die Machtpolitik Napoleons und die Reaktionen des Heiligen Stuhls. Eingerichtet wurde es 1802 durch Napoleon. Der ist aus dem linksrheinischen Gebiet des Erzbistums Köln sowie aus Teilen des Bistums Lüttich und kleineren Teilen der Bistümer Utrecht. Röhrmend und Mainz zusammensetzte, im Jahr 1808 wurde es zudem um das Gebiet um Wesel erweitert. Der erste Bischof war Marc-Antoine Bertolet, den Napoleon ernannte. Nach dem Tod Berdeletz erhob Napoleon Jean-Denis François Camus, genannt Le Camus, zum Nachfolger, der jedoch keine Billigung des Vatikans fand. Damit wollte Papst Pius VII. die Grenzen der Autorität des Kaisers aufzeigen. Nach Ende der französischen Herrschaft wurde das Bistum durch den Papst mit der Bulle de Salute Annemarum am 16. Juli 1821 de jure wieder aufgelöst und in das Erzbistum Köln eingegliedert. Die endgültige Auflösung des ersten Aachener Bistums erfolgte dann am 24. 25. März 1825 nach der letzten Sitzung des Domkapitels. Das heutige Bistum Aachen wurde am 13. August 1930 errichtet. Zunächst wurde ein 1929 Dekasekunden Preußen-Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Preußen geschlossen, unterzeichnet von Nunzius Pascelli. Dem späteren Pius XII. und dem preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun. Durch die päpstliche Bulle Pastoralis Anfischi Nostri am 13. August 1930 und das Dekret des apostolischen Nunzius in Deutschland B.E.T.R. Domkapitel Circumskriptu der Diözese Aachen wurde die Wiedererrichtung vollzogen. Josef Heinrich Peter Vogt wurde zum Bischof geweiht. Gegenwart In den letzten Jahren wurde ein Prozess der Zusammenlegung von Kirchengemeinden und der Bildung von Seelsorgeeinheiten im Bistum Aachen eingeleitet. Hintergrund sind die zurückgehenden Zahlen von Priestern und Gemeindemitgliedern und die dadurch bedingten Sparzwänge. Im Jahr 2010 lebten noch 1,12 Millionen Katholiken im Bistum. Dies sind 14.969 weniger als 2009. Noch stärker sank 2010 die Zahl der Wochenendgottesdienstbesucher. Durchschnittlich nahmen 108.838 Menschen an den Gottesdiensten teil, ein Rückgang um 12% gegenüber 2009. Gliederung des Bistums Das Bistum Aachen gliedert sich in die acht Regionen Aachenstadt, Aachenland, Düren, Eifel, Heinsberg, Kempen, Viersen, Krefeld und Mönchengladbach mit insgesamt 71 Kirchengemeindeverbänden. Die Ebene der Dekanate wurde zum 1. Januar 2007 abgeschafft. Das Bistum Aachen umfasst die kreisfreien Städte Krefeld und Mönchengladbach, die Städteregion Aachen, die Kreise Düren, Heinsberg, Viersen, Teile des Rheinkreises Neustadt, Korschenbruch, Stadtmeerbusch, Gemeinde Jüchen, Teile des Kreises Euskirchen, Gemeinde Blankenheim, Gemeinde Dahlem, Gemeinde Hellenthal, Gemeinde Karlstadt, Michernich, Gemeinde Nettersheim, Stadt Schleiden. Vermögen Neben dem regulären Etat, über welchen Rechenschaft abgelegt werden muss, hat das Bistum Aachen über den bischöflichen Stuhl keine Rechenschaft abzulegen, anders nur, wenn öffentlichen Gelder verwendet werden. Die Höhe des Vermögens des bischöflichen Stuhls betrug im Bistum Aachen im Oktober 2013 rund 8,2 Millionen Euro. Erstmals veröffentlichte das Bistum Aachen seit seinem Bestehen seine Vermögensverhältnisse. Patrone Die Patronin des Bistums Aachen und des Achener Domes ist die Gottesmutter Maria unter dem Titel ihrer Aufnahme in den Himmel. Bedeutende Kirchen Achener Dom UNESCO Weltkulturgut Seit 1978 St. Johann Baptist Burtscheid Ehemalige Abteikirche Der Abtei Burtscheid beherbergt den Abteischatz Probsteikirche St. Cornelius Cornelie Münster Abteikirche Der seit Karl dem Großen bestehenden Reichsabtei Cornelie Münster Münster-Sankt Vitus München-Gladbach Basilika meiner seit 1974 Basilika Steinfeld Karl Basilika meiner seit 1960 Wallfahrtsstätten Aachen Achener Dom mit der Heiligtumsfahrt Aldenhofen Marienwallfahrt Bilgelen Bilgelena Pützchen Dürren zum Anahhaupt in der Anahkirche Dürren Arnold Wallfahrt zum Arnoldusgrab in der Arnolduswoche Engelgau zum Hall Servatius in der Ahrkapelle Eschweiler Kindsweiler Wallfahrtskirche St. Blasius Eschweiler Notberg Notgottesaltar Pieti in der Kirche St. Zerzila Heimbach Abtei Mariawald Wegberg Zur Schwarzenmutter Gottes in der Wallfahrtskapelle Heutum Jülich zur Selle Christina von Stommeln in St. Maria Himmelfahrt Karl zum Hall Hermann Josef im Kloster Steinfeld Corneli Münster Reichsabtei Corneli Münster mit der Heiligtumsfahrt Corneli Münster Mönchengladbach Mönchengladbacher Münster mit der Heiligtumsfahrt Mönchengladbach Nersen Kapelle Klein-Jerusalem Wassenberg Wallfahrtskirche Sankt Maria Himmelfahrt